Prozent 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 an sich gedacht er kommt er mit so an drei Prozent Prozent hier ist wie bei der Form dran machen es einfach mal so wir helfen denen und machen was spielt bei der Kostecken und was ist das die Kerstin Nennt doch Kollege aber das Spiel die ganze Zeit immer noch aus ja okay ich brauche wenn ich das Spiel spielt eigentlich entweder Lars, Homerun oder Eddie Guerlough, also Eddie ist so der Capoeira-Chief, zusammen mit Nina, das sind so meine Lieblings-Charakter, Eddie ist ein schöner Spammer. Hast du überhaupt schon mal ein technisches Spiel, beziehungsweise Street Fighter? Ne, noch nicht. Aber wer weiß, was alles noch kommt. Ja, ich habe leider nur eine PS in der dritten Generation, also PS 3004, PSP, und habe mir jetzt halt auf eine Pandora-Battery gekauft, allerdings die Scheiße ist, das stand bei auch für 3000er, aber das funktioniert nur für 2000 oder 1000, und jetzt muss ich mir wahrscheinlich eine neue PSP kaufen, dann kann ich auch auf eine PSP kaufen. Also, falls ihr irgendwann PSP-Letsplays bei mir seht, ja, ich habe mir denn das Ding schon bestellt. Aber wäre auch schön, ne, so PSP-Letsplays. Ja. Wie scheiße ist es, ich muss mir dann allerdings die Spiele, ich habe die Spiele, die ich dann halt, ja, über halt, custom-firmware auf meine PSP raufmache, das mache ich allerdings auch nur wegen euch, weil das sonst sehr lange dauert mit dem Laden, zum Beispiel bei Monster Hunter, ich habe Monster Hunter Freedom 1, Monster Hunter Freedom 2, die beiden Teile werde ich auch Let's Play nennen, allerdings werde ich mir die auf die Pestplatte ziehen, also auf den Stick, weil das dauert sonst 10 Minuten bis eine Mission startet, was auch schon ganz schön heftig ist, ne? Ja. Und da will ich halt so ein bisschen vorgehen, dass ich das eben, dass es nicht so lange dauert, damit man dann halt auch schnell spielen kann und auch Spaß beim Gucken hat und nicht halt die ganze Zeit irgendwie so zwei Drittel des Parts nur Ladebildschirm. Ich kann dir ganz einfach hinschreiben, Let's Play Ladebildschirm. Ladebildschirm-Simulator, ja, herrlich. Naja, aber das ist ja auch nicht so schlimm, wie ich finde, solange man das Spiel im Original hat. Genau. Es ist 11 Uhr, es ist jetzt 8.30 Uhr. Hm, viel zu früh. Nein, ich hab meinen Knopf was vergessen. Es tut mir leid. Ach ja. Im Together macht das auch viel mehr Spaß als Single, oder? Auf jeden Fall. Und man muss nicht so viel labern. Ja, wenn man mich dabei hat, muss keiner was sagen. So. Ich stehe alle in die Schau. Pssst. 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 Hier hab ich nicht drauf. Ach so. Weil ich hör mir nämlich gerade mal mit bauen, also ich… hav mir grad Mammutbaum weg. Und da hat er dir's anscheinend doitonicht. Hm. und er hat sich nicht ein hauch gebaut in der Mitte abgesägt ich habe gesagt zwei Blöcke auf einem Block stand ich drauf und jetzt fern ich mal kurz siehst du auch mein Death String oder mein Light Sign was um die Luft geht oder sehe ich das? das siehst nur du ok schön mal 150 Meter oder so latschen ich freue mich oh ja ist schon schön weit ich hoffe man hat meine Tastatur nicht so ich höre sie ja Scheiße wirst du was ich früher sagen können ha 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 so dann müsste das jetzt aber hört man sie jetzt immer noch? ja boah ey das ist doch so ein ha 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 oh kack scheiß bitch kack Eikente ein proberater wie eine Werte und hier will ich also vor ich hätte die die Kugel hohe Jo noch und sie liegt an stu und meiner Erfahrung die nicht mehr gerade so wird auch viel ist die diese ich habe das der abschlagen so schön die haupt das beste auf der welt jemand anderes was willst du noch das reicht doch vollkommen Hülle, Hülle, Hülle. Ja, ich habe eine Hülle gefunden. Yay. Scheiße, da brauche ich was anderes für. Creeper! Verbiss dich, du blöder Zwergenpinsel. Wenigstens haben wir das mit dem Creepern gelöst. Da gab es auch lange Zeit ein großes Problem. Ja. Was war denn so das Problem? Es kam keine. Das ist doch kein Problem, das ist doch Glück. Ja, das... Okay, wenn man ganz Powder braucht für das, äh, für das Zaubern, wenn nicht, aber an sich ist es doch gut, oder nicht? Ja. Ich würde mich nicht beschweren, wenn auf einmal ein paar, nur drei Creeper auf dem ganzen Land wären. Hey, da habe ich gerade einen gehört, hast gerade einen angelockt. Ja. Ich hoffe, du bist jetzt nicht gerade bei mir, oder? Ich? Nee. Weil du hast schon Ärzte. Lass mich in Ruhe. Ich bin weg mit deinem Bimbo-Strahl. Bin ganz lieb. Aha. Das kenne ich ja mittlerweile. Ich bin ganz lieb. Tchuch, 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 tchuch. Und schon habe ich ver... und schon bin ich verreckt. Ich bin ein PENG, PENG, PENG. Ich bin ein PENG PENG. Ich schießt da mit seiner Spülen Portal homophobischen Gun darum. Ist ja lustig. Aha. Schön verreckt. Macht Spaß. Ich überlebe... AAH! Du bist ein Wichser. wieso? du hast neben mir Creeper gespawnt. nein. warum sind denn auf einmal du lachst dich zuerst schlapp und hier kommt noch ein Creeper hin willst du mich verarschen Junge? alter verpiss dich du nicht. boah ey da zerstört hier meine ganzen Erze. wieso die machen doch gar keinen schaden. doch außer halb schon. da springen die die blöcke weg. ja wenn ich meine Erze weg sprengen und ich die nicht kriege ist es schon ein bisschen scheiße. ja. verstehste. so das ist schon ein bisschen. ein bisschen. nee. zornig kommt bist du blöder nix scheiß wixer hau ab das ist auch noch ein angry zombie. äh zombie ich habe den Toten den Toten und Toten Dürrünch Dürrünch nein oh Gott ich bitte mich ähm Alter er erste Folge beziehungsweise zweite Folge war ich jetzt grad nicht wie lange die jetzt gerade schon ist und ich fache ganz dauernd wer hat eigentlich diesen Erdpenis äh Steinpenis nach oben gebaut? äh der nennt sich Torben Torben Florben alter was macht der denn? also ich glaube den Schönheitspreis gewinnt er damit nicht nicht wirklich Effizienz könnte es sein, ich weiß ja nicht was da oben drauf klatscht äh Windkrafträder und die sollen so gut sein wie ja 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 was was auch gut ist hm ich bin jetzt gleich an der Stelle wo ich getötet wurde und das Geile ist ich hab den Zombie gehört aber ich dachte der wird vor mir und dann von hinten einheben und verdorben und verdorben ja danke ich bedanke mich zwar nicht gerne bei dem Zombie aber wenn er verreckt ist mir echt echt lasse so und ich hab jetzt grad die Bombe Idee ich mach mir kurz einfach mal krackeln weil ein bisschen Licht ist jetzt auch nicht so verkehrt wie ich finde ja Licht ist immer gut boah die erste Aufnahme wo meine Katze nicht mal wieder an der Tür kratzt höh höh ach weiß was ich stelle dann auch einfach erstmal ein bisschen die Brightness auf ups die Brightness einfach mal richtig schön auf volle Kanne pfff ja jetzt sieht man mal was scheiße YouTube macht ja auch das immer so ein bisschen dunkler ne ein bisschen ja gut gut dass ich jetzt immer heller gedrückt hab weil die Leute haben wahrscheinlich jetzt gar nichts gesehen dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal ich hab das komplett vergessen Co 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 und ein paar E-Faul nicht ab überfangen es ist nicht ganz schlecht machen habe ich gehört die Gartelchen von hinten die Kuhn erst um nachdem ich einmal gehauen und den Verleihung Ich hab ihn erwischt. Boah, ich freu mich schon, wenn ich in den Adder gehe. Äh, Adder sag ich schon. In den Adder. Weil da wird's schön lecken, glaub ich. Versuch es. Du kommst nicht mehr da raus. Wieso? Ja, ich hab doch vorhin schon gesagt, dass es einen kleinen Bug gibt. Und zwar, äh, wenn du da reingehst, kommst du nicht mehr raus und du landest in einer flachen Welt. Ich bin wieder da. Wo warst du? Du warst weg? Ja, ich hab doch einmal schon in meiner Aufnahme vorhin zehn Minuten oder so gesagt, okay, Chris hat geläftet. Ja, ähm, mein Papa hat mich grad jetzt zwangsver... ähm, nehmt ihr doch auf. Zwangsvergewalt. Nehmt ihr doch auf. Ja, wieso? Ja. Pass schon. Wir sind dabei. Dann lass ich das mal, was ich sagen. Wir lassen sich. Wir lassen sich mal das. Nix eigentlich. Dann erzähl wir später, ne? Ja. 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 Schon wieder gestorben? Ja. Ich hab keine Risse. Wo seid ihr denn grade? Ich bin der Mann in mir. Äh, ich bin der Mann in mir. Und äh, zwei verfickte Skelette sind gespawnt, obwohl ich eigentlich alle, ja okay, alles nicht, aber halt den Platz, wo die gespawnt sind, äh, ausgeleuchtet hab. Du musst doch gesehen, dass die auch tagsüber gespawnt sind. Ich dachte, die werden ja nicht tagsüber gespawnt, sondern die werden halt in der Nacht gespawnt und am Tag bleiben die noch da. Nee. Die spawnen irgendwie die ganze Zeit. Okay, das hättest du vielleicht früher sagen können, denn er hat dich mir auch drauf eingestellt. Jetzt weißt du's. Ja, jetzt, wo ich dir immer verrecken bin. Okay, wir werden jetzt hier schnell noch in den Stromkreis laufen, bevor ich wieder weg bin, aber, äh, hier ist schon klar, dass der noch nicht starten kann. Ich mach erst noch viel mehr Mill, Watermills und so. Ja, jetzt. Ja, jetzt.